Modelltest 1 Hören Teil 4 Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie acht Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Moderatorin der Sendung Es geht auch anders diskutiert mit Sandra Wagner, Studentin aus Freiburg und Herrn Paul Natschinski, Programmierer aus Wuppertal über das Thema Schluss mit der Routine. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer heutigen Diskussionsrunde zum Thema Schluss mit der Routine. Wir kennen das ja alle. Jeden Tag der gleiche Trott. Aufstehen, frühstücken, duschen, zur Arbeit oder zur Uni gehen. Nach Hause kommen, den Haushalt machen, sich um die Kinder kümmern und schlafen gehen. Und am nächsten Tag dasselbe von vorn. Das schafft Langeweile und kann auch zu psychischen Störungen führen. Um diese Probleme soll es heute in unserer Gesprächsrunde gehen. Dazu begrüße ich Sandra Wagner, Studentin aus Freiburg und Paul Natschinski, Programmierer aus Wuppertal. Sandra, Sie hatten mit 22 ein Burnout. Das heißt, Sie fühlten sich ausgebrannt und leer. Ja, leider stimmt das. Ich hatte keinen Spaß mehr an meinem Alltag. Ich fand alles langweilig und sinnlos. Ich hatte keine Lust mehr aufzustehen, zur Uni zu gehen, meine Freunde zu treffen. Meine Freunde hatten mich darauf aufmerksam gemacht, dass etwas mit mir nicht stimmt. Dass ich so ganz anders bin als früher. Und so habe ich mich psychologisch beraten lassen. Und wie haben Sie es geschafft, aus diesem Teufelskreis herauszukommen? Also, erst mal habe ich mein Medizinstudium unterbrochen und bin für ein Jahr nach Afrika gereist. Dort habe ich bei Ärzte ohne Grenzen gearbeitet. Das Gefühl, wenigstens etwas helfen zu können, war einmalig. Außerdem habe ich verstanden, dass es riesige Unterschiede zwischen den Problemen in Europa und denen in bestimmten afrikanischen Ländern gibt. Dort geht es ums Überleben. Dort muss man täglich um sein Essen und Trinken kämpfen. Um eine angemessene medizinische Versorgung. Alles Selbstverständlichkeiten bei mir zu Hause. Als ich dann zurückkam, habe ich mein Leben neu strukturiert. Es ist wichtig, darauf zu achten, die eigenen Probleme nicht als die einzigen und die größten zu betrachten. Und dass man seinen Alltag nicht jeden Tag gleich gestaltet. Zum Beispiel mein Weg zur Uni. Mal gehe ich zu Fuß, mal nehme ich das Fahrrad, mal den Bus. Das ist auch schon Abwechslung. Oder nach der Vorlesung treffe ich mich mit Freunden und trinke erst mal Kaffee. Früher bin ich nach Vorlesungsschluss gleich in die Bibliothek gelaufen und habe gelesen und gelernt. Ich gehe jetzt alles etwas ruhiger an. Eine wichtige Einsicht. Herr Naczynski, Sie gehören zu den Menschen, die nicht mehr ohne Internet leben konnten. Ja, ich saß nur noch am Bildschirm und chattete mit Freunden. Richtig getroffen hatte ich meine Freunde nicht mehr. Da ich auch keinen Sport mehr machte und sogar vor dem Bildschirm aß, wurde ich immer dicker. Ich wog zeitweise 130 Kilo. So konnte es nicht mehr weitergehen. So habe ich beschlossen, etwas in meinem Leben zu ändern. Seit einem Jahr benutze ich nun kein Internet mehr. Und ich fühle mich wohl. Wie geht das ohne Internet als Programmierer? Also, ich habe meinen geliebten Beruf aufgegeben und eine Umschulung gemacht und arbeite jetzt auf einem Bauernhof in der Natur. Ganz schön mutig. So einfach alles aufgeben. Das kann nicht jeder und erfordert sicher auch viel Disziplin. Haben Sie denn wieder Kontakt zu Ihren alten Freunden? Das ist leider nicht möglich, denn durch meinen Berufswechsel musste ich umziehen. Aber ich habe unter meinen neuen Kollegen Freunde gefunden, obwohl das zu Beginn ganz schön schwierig war. Man hat mir die schwere Arbeit nicht zugetraut. Die dachten, dass ich das als Stadtkind und ehemaliger Computerfreak niemals durchhalten würde. Dass ich aufgeben würde. Ja, ich hatte auch überlegt, ob ich vielleicht etwas anderes studieren sollte. Etwas leichteres und wo man nicht so ewig lange studiert. Aber mein Afrika-Jahr hat mich überzeugt, dass ich das Richtige studiere. Anderen Menschen zu helfen, das ist unglaublich wichtig für mich. Das Leben hat nun wieder einen Sinn für mich. Ich glaube, Herr Natschinski geht es ähnlich, obwohl er ja sein Leben rigoroser geändert hat als ich meins. Und ich habe auch meine alten Freunde behalten. Sie haben mich zum Glück nicht vergessen und wir unternehmen viel gemeinsam. Es muss ja nicht immer ein grundlegender Entschluss wie ein Berufswechsel sein, um der Routine zu entgehen. Kleinigkeiten, die unseren Alltag interessanter oder gar schöner machen, können auch schon helfen, dem Stress oder noch schlimmer einem Burnout zu entgehen. Kochen Sie einmal in der Woche etwas Exotisches. Probieren Sie eine neue Sportart aus. Lernen Sie eine neue Sprache. All das kann helfen. Sandra, Herr Natschinski, ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne. Hören Sie nun das Gespräch noch einmal. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer heutigen Diskussionsrunde zum Thema Schluss mit der Routine. Wir kennen das ja alle. Jeden Tag der gleiche Trott. Aufstehen, frühstücken, duschen, zur Arbeit oder zur Uni gehen. Nach Hause kommen, den Haushalt machen, sich um die Kinder kümmern und schlafen gehen. Und am nächsten Tag dasselbe von vorn. Das schafft Langeweile und kann auch zu psychischen Störungen führen. Um diese Probleme soll es heute in unserer Gesprächsrunde gehen. Dazu begrüße ich Sandra Wagner, Studentin aus Freiburg und Paul Natschinski, Programmierer aus Wuppertal. Sandra, Sie hatten mit 22 ein Burnout. Das heißt, Sie fühlten sich ausgebrannt und leer. Ja, leider stimmt das. Ich hatte keinen Spaß mehr an meinem Alltag. Ich fand alles langweilig und sinnlos. Ich hatte keine Lust mehr aufzustehen, zur Uni zu gehen, meine Freunde zu treffen. Meine Freunde hatten mich darauf aufmerksam gemacht, dass etwas mit mir nicht stimmt. Dass ich so ganz anders bin als früher. Und so habe ich mich psychologisch beraten lassen. Und wie haben Sie es geschafft, aus diesem Teufelskreis herauszukommen? Also, erstmal habe ich mein Medizinstudium unterbrochen und bin für ein Jahr nach Afrika gereist. Dort habe ich bei Ärzte ohne Grenzen gearbeitet. Das Gefühl, wenigstens etwas helfen zu können, war einmalig. Außerdem habe ich verstanden, dass es riesige Unterschiede zwischen den Problemen in Europa und denen in bestimmten afrikanischen Ländern gibt. Dort geht es ums Überleben. Dort muss man täglich um sein Essen und Trinken kämpfen. Um eine angemessene medizinische Versorgung. Alles Selbstverständlichkeiten bei mir zu Hause. Als ich dann zurückkam, habe ich mein Leben neu strukturiert. Es ist wichtig, darauf zu achten, die eigenen Probleme nicht als die einzigen und die größten zu betrachten. Und dass man seinen Alltag nicht jeden Tag gleich gestaltet. Zum Beispiel mein Weg zur Uni. Mal gehe ich zu Fuß, mal nehme ich das Fahrrad, mal den Bus. Das ist auch schon Abwechslung. Oder nach der Vorlesung treffe ich mich mit Freunden und trinke erstmal Kaffee. Früher bin ich nach Vorlesungsschluss gleich in die Bibliothek gelaufen und habe gelesen und gelernt. Ich gehe jetzt alles etwas ruhiger an. Eine wichtige Einsicht. Herr Naczynski, Sie gehören zu den Menschen, die nicht mehr ohne Internet leben konnten. Ja, ich saß nur noch am Bildschirm und chattete mit Freunden. Richtig getroffen hatte ich meine Freunde nicht mehr. Da ich auch keinen Sport mehr machte und sogar vor dem Bildschirm aß, wurde ich immer dicker. Ich wog zeitweise 130 Kilo. So konnte es nicht mehr weitergehen. So habe ich beschlossen, etwas in meinem Leben zu ändern. Seit einem Jahr benutze ich nun kein Internet mehr. Und ich fühle mich wohl. Wie geht das? Ohne Internet? Als Programmierer? Also, ich habe meinen geliebten Beruf aufgegeben und eine Umschulung gemacht und arbeite jetzt auf einem Bauernhof in der Natur. Ganz schön mutig. So einfach alles aufgeben. Das kann nicht jeder und erfordert sicher auch viel Disziplin. Haben Sie denn wieder Kontakt zu Ihren alten Freunden? Das ist leider nicht möglich. Denn durch meinen Berufswechsel musste ich umziehen. Aber ich habe unter meinen neuen Kollegen Freunde gefunden. Obwohl das zu Beginn ganz schön schwierig war. Man hat mir die schwere Arbeit nicht zugetraut. Die dachten, dass ich das als Stadtkind und ehemaliger Computerfreak niemals durchhalten würde. Dass ich aufgeben würde. Ja, ich hatte auch überlegt, ob ich vielleicht etwas anderes studieren sollte. Etwas leichteres. Und wo man nicht so ewig lange studiert. Aber mein Afrika-Jahr hat mich überzeugt, dass ich das Richtige studiere. Anderen Menschen zu helfen, das ist unglaublich wichtig für mich. Das Leben hat nun wieder einen Sinn für mich. Ich glaube, Herr Natschinski geht es ähnlich. Obwohl er ja sein Leben rigoroser geändert hat als ich meins. Und ich habe auch meine alten Freunde behalten. Sie haben mich zum Glück nicht vergessen. Und wir unternehmen viel gemeinsam. Es muss ja nicht immer ein grundlegender Entschluss wie ein Berufswechsel sein, um der Routine zu entgehen. Kleinigkeiten, die unseren Alltag interessanter oder gar schöner machen, können auch schon helfen, dem Stress oder noch schlimmer einem Burnout zu entgehen. Kochen Sie einmal in der Woche etwas Exotisches. Probieren Sie eine neue Sportart aus. Lernen Sie eine neue Sprache. All das kann helfen. Sandra, Herr Natschinski, ich danke Ihnen für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.